Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf ein saftiges Steak, einen knusprigen Braten, einen herzhaften Eintopf oder zartes Geschnetzelts wollen die wenigsten von uns verzichten. Fleisch zählt ja seit Urzeiten zu den wichtigsten Nahrungsmitteln und versorgt uns mit lebensnotwendigen Nährstoffen und Vitaminen. Die Haltung dem Fleisch gegenüber ist allerdings kritischer geworden. Verschiedene Vorfälle, Bilder von ungenügender Tierhaltung oder unzumutbaren Transporten haben die Leute aufgeschreckt, auch wenn die Meldungen meistens aus dem Ausland sind. Mit Naturaplan hat sich GOP zusammen mit ihnen für Produkte aus tiergerechter Fütterung und kontrollierter Freilandhaltung entschieden. Auch beim Fleisch ist das Angebot grösser geworden und umfasst jetzt auch diverse Fleischwaren, die sie in Selbstbedienung kaufen können. Natura-Beef ist Fleisch von Jungrindern, die natürlich aufwachsen. Viel Auslauf und eingestreute Liegefläche mit Tageslicht sind Vorschriften. Das Futter bestät aus Muttermilch, später auch aus Gras und Heu vom eigenen Betrieb. Zusatzstoffe oder gentechnisch veränderte Futtermittel sind verboten. Auch Naturaplan BOR ist Fleisch aus kontrollierter Freilandhaltung, mit hohen Anforderungen an die Haltung, an das Futter und an die Aufzucht. Und das spezielle Schweinige ist nur bei GOP erhältlich. Die Zwei haben den ganzen Tag freien Auslauf. Es hat eingestreute Liegeplätze und genügend Raum zum Fressen. Auch Schattenplätze im Sommer und natürlich das hier sind überall vorhanden. Baden tun auch die Hühner gern, allerdings im Staub. Darum gehört ein Staubbad zu der Richtlinie für die Freilandhaltung der GOP Naturaplan Boulé. Daneben können die Tiere nach Lust auf die Weide und sich mit Sand, mit Hobelspänen, mit Häckseln beschäftigen. Die Grösse der Herden ist beschränkt und das übliche Kopieren der Schnäbel und Flügel ist nicht erlaubt. Die bluten Hälse, die wir hier sehen, sind übrigens ein Merkmal dieser Tiere. Das ist eine uralte Rasse, siebenbürgen Nackthals, die sich besonders gut für die Freilandhaltung eignet. Neben den strengen Vorschriften, die vom Schweizerischen Tierschutz regelmässig kontrolliert werden, hat GOP eigene Richtlinien und Pflichtenhefte für Produktionsbetriebe und zusätzliche Verträge mit den Transportunternehmern erarbeitet. Beim Fleisch von GOP Naturaplan ist die Sicherheit aus diesen Gründen sehr gross. Und man kann die Herkunft bis zum Bauer zurückverfolgen. Es erfüllt die höchsten Ansprüche an beides, an die Qualität und an die artgerechte Tierhaltung. Und der Beweis, dass GOP Naturaplan haltet, was versprochen wird, tritt jetzt einer an, der es wissen muss. Armin Amrain, Küchenchef des Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Das GOP Naturaplan-Bulli zum Beispiel hat einfach mehr Geschmack. Weil die Tiere fast doppelt so alt werden wie bei der konventionellen Aufsucht, ist die Struktur des Fleisch ausgereift. Was man am festeren Biss, sofort gespürt. Grüezi miteinander. Das Boulé in seine Teile zerlegen, wie ich da schon gemacht habe. Mit Pfeffer und Salz würzen und leicht bemehlen. Brotspeck in einem grossen Topf knusprig braten. Rüebeln, Sellerie, Zwiebeln und Knoblauch kurz adämpfen. Dann alles rausnehmen. Jetzt Brotbutter erhitzen und die Boulé-Stücke dringend kräftig anbraten. Frischen Timian und ein Lorbeerblatt dazugeben. Mit einem guten Rotwein und Wasser ablöschen. Einen Würfel Hühner-Bouillon beinfügen. Und das Gericht dreiviertelstunde zudeckt schmoren. Fein gescheibelte Champignons und abgetropfte Silberzwiebeln dazugeben. Und nochmal eine Viertelstunde halb zudeckt schmoren. Dann mit Pfeffer und Salz und wenig Cognac abschmücken. Und ein Cocco-Vain mit dünnen Nudeln und einem Salat servieren. Das genaue Rezept steht, wie immer, in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Ein Blick auf die Aktionen. Besonders günstig sind jetzt Goldstar Käsküchli. Sie kosten nämlich als 3 für 2 nur 6 Franken. Und 6 Tamtam von Danone offerieren wir Ihnen zum Preis von 4 Stück für 1,85. Mit der Co-Profit-Karte gibt es am Freitag und am Samstag eine Dienstleistung Mosrosen mit Fleur Coop Frische Garantie für 3,90. Sie wissen ja, Coop-Profit Plus. Vorzeigen, sofort profitieren. Tiergerechte Fütterung und kontrollierte Freilandhaltung ist bei uns heute Thema gewesen. Wenn Sie diese Art von Fleisch bevorzugen, interessiert es Sie vielleicht auch, dass wir seit einiger Zeit Coop-Metzgereien mit Bio-Frisch-Fleisch an vielen Orten eröffnen konnten. Eine Dienstleistung, die wir in den nächsten Jahren noch stark ausbauen wollen. Für heute sind wir jetzt aber am Schluss. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen.